Okay, wir suchen also jetzt den Super-Hubschrauber sozusagen, außer reich. Nicht vorhanden. Hier sind so... Ich muss mich verarschen, hier sind so viele Hubschrauber. Die Tür brennt wie ein Weihnachtsbaum. Oh, das kann jetzt was dauern. Ich muss mal helfen, funktioniert mein Paraglider noch, obwohl mein... Naja... ...mein Umhang so zerlöchert ist. ...und 20 Insassen streichen. Theoretisch kann also jetzt jeder... ...ziele erfasst und neutralisiert. Badman gesichtet. Oh, scheiße. Zielperson Badman gesichtet unterpassen. Teure. Das ist jetzt... ...Gar nicht gut. Oh. Ne, den wollte ich nicht. Oha. Ich bin gerade irgendwie scharf darauf zu sterben, habe ich das Gefühl. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Okay. Der auch nicht. Oha. Das wird jetzt eine witzige, ja. Nach einem Hubschrauber. Wenn hier 3000 rumfliegen. Nichtsätzliche Körper. Insassen wurden neutralisiert. Ziel wurde getroffen. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Nein, 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 nein. Ich will zu dem da hinten. Auch nicht. Auch nicht. Guckt euch doch mal bitte an, wie viele Hubschrauber hier rumfliegen. Das ist doch nicht euer Ernst. Da kenne ich den richtigen irgendwo dran. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Ein großer Haufen von Leichen hin oder her, aber... Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Komm schon. Ich melde mehrere Treffer in Sektor 2. Alle Ziele bekämpft. Ich habe den Code. Begebe mich zum Wunder Tower. Gut. Du tust das Richtige. Mit dem Code dürftest du durch einen Wachraum am Haupttor hineinkommen. Wenn Talia etwas zustößt, sag Alfred, dass es seine Schuld war. Boah. Ja, ich habe schon verstanden, wo ich hin muss. Dankeschön. Was ist das hier? Hier ist immer noch irgendwo Nora. Ich habe aber keine Ahnung, wo die ist. Ganz ehrlich, ich habe die da nicht gefunden. Deswegen, ich werde jetzt diese Tunehmission gerade... Rakete hat Zielerfass. Gebäude getroffen. Ja, ich muss mal eben halbwegs außen rum gehen. Das heißt, ich muss zuerst, bevor ich... ...stumpf nach da gehe, dort außen rum gehen. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Ja, ja, mehrere Insassen gefallen. Und mich auch. Komm. Versuch uns mal schleunigst. Was heißt denn Raketenstart geortet? Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Was ist denn jetzt passiert? Alle Ziele erfolgreich bekämpft. Todeszahlen in Sektor 1 bei über 100. Weit über 100. Das ist super. Da freue ich mich ja was. Wir haben mehrere Tote. Ja, die Meldungen ändern sich auch gerade irgendwie nicht. So viel habe ich jetzt verstanden, dass ihr mehrere Tote habt. Komme ich denn jetzt dort am einfachsten? Läufst du gerade auf Stil... Was? Was war das? Ziel wurde getroffen. Okay. Bin ich hier richtig? Muss ich hier rein? Ziel wurde getroffen. Hä? Ich muss hier rein. Wichtige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Hey. Okay. Anscheinend muss ich oben rein oder so. Hoppala. Das war nicht meine Absicht. Gehen zur Basis zurück. Ah, da ist ein Fenster. Ne, naja, halt, da ist was zum Hacken. Jetzt haben wir so. Stopp. Da ist was zum Hacken. Ich nehme an, da muss ich rein. Ich stehe den Gefährfer. Mehrere Insassen gefallen. Ist hier rein? Schlaukopf. Insassen wurden neutralisiert. Okay. Keine Ahnung, was das hier zu bedeuten hat. Okay, da kommen und fangen auch die Gegner schon wieder an. Nein, bitte. Das ist nicht nötig. Sie befanden sich auf dem Weg zum unterirdischen Genesystem. Ausgezeichnete Arbeit. Haltet sie in der Bearbeitungszone fest. Wir sagen Bescheid, wenn wir so weit sind, wenn wir sie runter in den Griffen verschicken können. Um mich zu schützen, muss ich sie von hinten angreifen. Hilf uns! Bitte! Hilfe! A-A-X. Okay, er hat mich eh gesehen. Was wir von hinten angreifen. Ich kann die auch einfach killen alle. Also. Wir müssen reden. Und ich weiß, dass du deines Lebens nicht mehr froh werden würdest, wenn du diesen armen Mann auf dem Gewissen hättest. Ich habe eine Frage. Ohne Anfunft war diese Stadt dabei, im Dreck runter zu kommen. Keine Bewegung! Hast du jene Reise gezogen, dass du daran schuld sein könntest? Deine Gegner. Keine Bewegung! Hallo, ich kann nicht kämpfen. Ich kann nicht kämpfen. Das ist nicht fair. Es ist absolut nicht fair. Ich kann nicht kämpfen. Ich kann keine... Das ist absolut so unfair. Das ist so hardcore unfair. Was ist für ein scheiß Bug? Oder ist es gewollt? Komm noch mehr! Kann ich jetzt wieder kämpfen? Jetzt kann ich wieder kämpfen! Das ist so unfair. Ich muss aufpassen, irgendwer von denen hat die Waffen. Wer von denen hat die Waffen? Ich muss mir jetzt gleich mal gucken, ob ich den Bad Schwarm hinkriege. Äh, okay, das ist die erste Runde geht schon mal an die Gegner, eindeutig. Ja. Ja. Ja, war klar. Ah, Gott! Das ist... Okay. Okay, die erste Runde... Geht an euch. Die erste Runde geht an euch. Alles gut, alles gut. Okay. Round number two. Ich weiß auch nicht, ob alle zehn gleichzeitig kommen sollen oder ob man fünf und dann nochmal fünf oder ob da wirklich die Cutszenen, also ob die, ob man wirklich da durchgängig zuhören muss. Man soll da durchgehen. Der war schlecht. Wer hat da gerade eine Waffe aufgehoben? Eigentlich müsste da was anderes passieren. Ach, du hast die Waffe. Geh mal weg mit der Waffe. Warum würdest du nicht einfach den Knüppeln? Okay, die zweite Runde geht auch an die. Ich hatte das Gefühl, ich brauche so ein paar von diesen Spezialangriffen, brauche ich mal. Ich hatte das Gefühl, ich brauche ein paar von diesen Spezialangriffen, aber irgendwie... Der rose Batman ist vom Sockel gestürzt. Gut. Irgendwie mag der die nicht. Wenn ich acht Kombo-Punkte habe, müsste ich eigentlich zum Beispiel meinen Bettschwarm einsetzen können. Mit A und X. Aber... Er mag das nicht. Warum nicht? Der Kampf müsste es sein, ne? Spezialwurf Badge-Warm. A und X. A und X. Das ist die Taste A. Das ist die Taste X. Ja. Ja. Kann nur... Eingesetzt werden, wenn die Kombinationsteile bei acht oder darüber liegt. Verstehe ich nicht. Also... Tatsächlich ist mir das gerade so ein Teil mir nicht unbewusst. So, pass auf. Jetzt habe ich acht. Okay. Jetzt habe ich wieder... Ja. Ich habe es gerade wieder verloren, ja. Ich weiß, wenn ich einmal getroffen werde, ist das ja auch schon wieder weg. Das ist mir durchaus bewusst. So, jetzt habe ich acht. Jetzt drücke ich A und E... Ah, ja, okay. Ja, willst du... Willst du mich verarschen, du kleiner... Ey, 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 ey. Jungs, Jungs. Ach ja. Willst du mich... Nimm den Stab aus der Hand. Drei, vier, fünf, sechs, sieben... Okay, das war wieder von neu. Irgendwer hat eine Waffe aufgehoben. Sieben, acht. Und schon wieder verkackt. Aber ist denn jetzt kaputt, ey? Jetzt kriege ich ja nicht mal mehr... Mehr als eine Achter-Kombo hin. Ist ja schlecht genug. Okay, das war es jetzt gleich. Ja. Okay, Round Nummer vier. Ich mache viel zu viele Durchsichtsfehler gerade, habe ich das Gefühl. Wie vorhersehbar. Also zum Glück verliere ich hier keine Punkte oder so. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jedes Mal irgendwie irgendwelche Punkte verliere, wenn ich sterbe, dann würde mich das hier, glaube ich, sehr viel mehr aufregen, als es das gerade tut. Sehr schön. Das war wichtig. Pass auf, jetzt habe ich wieder A. Und jetzt mache ich meinen... Super. Jetzt mache ich meinen AX, 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 AX. Wie oft soll ich denn AX machen? Wie oft soll ich AX machen? Wie oft soll ich... Oder A gedrückt halten und dann X. Oder X gedrückt halten und dann A. Der macht nichts. Ich bin bei 16. Jetzt. Wie, 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 wie... Also sorry, aber... Das kannst du mir nicht so wirklich erzählen. Also das funktioniert bei mir tatsächlich nicht so gut, wie es soll. Habe ich das Gefühl. Also... Ich weiß nicht, soll ich beide gleichzeitig drücken? Soll ich A gedrückt halten und dann X drücken? Oder soll ich dann... Beides... Ich bin dessen mir nicht ganz bewusst. Aber es ist egal, in welcher Kombination ich es mache. Ich muss hier dumm Buttons mashen, damit es überhaupt irgendwie irgendwann angenommen wird. Und das ist ein bisschen merkwürdig. Weil eventuell würde mir die Kämpfe tatsächlich ein wenig leichter fallen, wenn ich die spezielle Kombo einsetzen kann. Aber das ist nur eine Idee. Was es sein könnte. Da kommen schon neue? Das kann nicht sein. Nein. Bitte nicht. Bitte, war's das? Oh Gott, ich hab mein Leben. Dankeschön. Das ist zwecklos, Dark Knight. Das Unvermeidliche lässt sich nicht stoppen. Ich werde es Feuer und Schwefel auf diese Tiere weg. Und jetzt? Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß absolut nicht, wohin. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Hier gibt's ja auch nicht sowas wie eine Zielmarkierung oder sowas. Hm. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wohin. ich weiß nicht wohin deswegen bin ich falsch das heißt nur für ein riddler okay das verwirrt mich jetzt hier war ich doch jetzt das ganze spiel doch angefangen jetzt bin ich tatsächlich verwirrt fahrern ich muss da unten lang ich muss da unten lang aber wohin bin ich jetzt ganz doof moment was ich hier geht es ja nicht weiter also muss ich hier runter okay jetzt bin ich tatsächlich ein wenig überfragt ich kann mit dem irgendwo anders hinziehen aber da ist nichts zum anders hinziehen es tut es ist es tut mir leid ich weiß nicht wo ich habe keine ahnung wohin bin ich gerade blind so vertreten das ist moment dahin ich 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 Okay, also hier war das wird allerdings aber was bringt mir das meint da ist irgendwas was hat das denn zu bedeuten Hey Ich kann aber soweit ich weiß auch nicht schwimmen Somit ist meine einzige chance die ich noch habe hier Oha tatsächlich Oh Ha What Ist das jetzt der richtige weg oder ist das hier nur für ein riddler ding Wenn das hier der richtige weg ist dann Dann what the fuck Du bist das Ich sagte ich würde zurückkommen Hat ganz schön gedauert Zuerst herrschte völliges chaos Dann kamen jokers männer her und haben ein lager errichtet ich habe mich versteckt so wie du es gesagt hattest aber Was ist passiert da waren wachen du weißt schon die typen die für strange arbeiten sie kamen her und haben angefangen jeden umzubringen es war ein blutbad Anscheinend versucht strange seine spuren zu verwischen sie scheinen sich gut zu verstecken doktor weiter so bleiben sie hier ich kümmere mich um die wachen im raum Ähm kurzer cut Ähm kurzer cut Jetzt 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 Vielen Dank.